Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofberg bei einem Singleplayprojekt. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. So, in der letzten Folge haben wir ja die Renten versorgt mit Getreide oder Weizen in dem Fall. Und jetzt gehe ich den Rest in den Kilo wieder schmeißen und dann müssen wir die Eierkartons in den Hofladen bringen, weil um 19 Uhr kommt das Geld auf unser Konto. Ja, und dann müssen wir schauen, was wir als nächstes machen. So. Ich hoffe, es hat euch die letzte Folge gefallen, weil ich nehme das jetzt gerade in Vorhennen auf. Und ja. Ja. So. 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 was kind nicht ah ja einmal über 100 so dann ist auch haben wir das auch schon jetzt bin wir doch die eierkartons in den hofladen bringen dann schauen wir weiter da war nicht gut dann schauen was wir als nächstes machen bei achse nicht mit deswegen geht das nicht ja 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 dann müssen wir jetzt eierpaletten bringen ja 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 Kipp doch auf. Zack. Hack Hello Let's Vielen Dank. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo? Vielen Dank. 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 Willkommen im Hofladen. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh. 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 Okay. Wartet. Wartet mal. wieder rein los hier jetzt damit es jetzt so lange gedacht hat ja du technisch gespint wo waren wir stehen geblieben kühe natürlich ach hier was braucht Wasser, Stroh, Gelage, Heu, Gras, Klee, Wasser, Stroh haben wir, Gelage müssen wir auch haben. So, ja dann sind wir jetzt mit den Kühnen beschäftigt und dann machen wir weiter, ich bauen und so, ja meine lieben Freunde, wir sind ja auch schon wieder am Ende des Videos angekommen, falls ihr euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und falls ihr noch nicht abonniert habt, den Kanal, dann könnt ihr das auch gerne tun, das würde mich sehr freuen und ja dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, haut rein und bis zum nächsten Mal, tschüss.